Schalke 04 gegen Hertha BSC am Freitagabend in der Bundesliga. Ein Spiel, bei dem viele wenige Tore und Ehrenzählspiel erwarteten, einschließlich mir, muss ich auch gestehen. Wurde dann aber wieder erwartens ein Spiel mit vielen Toren im Abstiegskampf, das dann doch ziemlich unterhaltsam war, da sich Schalke letztendlich mit 5 zu 2 durchsetzen konnte und somit in der Tabelle an den Berlinern vorbeiziehen konnte. Insgesamt gesehen war es dann doch ein torreiches Spiel, aber insgesamt gesehen in Relation zu den Toren dann doch eher ein chancenarmes Spiel und da waren beide Mannschaften schon relativ effizient, wie sie mit ihren Chancen umgegangen sind. Aber fangen wir erstmal vorne an, denn das Spiel wurde auch hinten raus viel offener gestaltet und dann hatten eben beide Mannschaften mehr Chancen. Am Anfang war es dann eher noch ein bisschen ausgeglichener mit weniger Chancen. Wobei die Schalker schon nach 3 Minuten in Führung gingen, da war es nämlich Skalke, der einfach durchgerannt ist. Hertha hat da wirklich gar keinen Zugriff auf den Ball bekommen, er zieht einfach ab und dann stand es eben 1 zu 0. Das Ganze war nach einem Einwurf der Hertha, aber Schalke hat den Ball gewonnen. Und auch das 2 zu 0 in der 13. Minute war eben nach einem Einwurf, diesmal aber von Schalke, Drechsler mit einem guten Steckpass auf den Flügel für Skalke, der dann eben relativ unbedrängt flanken konnte. Und dann war es eben Marius Bülter, der auf der anderen Seite mit dem Kopf einschieben konnte. Wobei man da auch so ein bisschen gemerkt hat, dass Richter als rechter Außenverteidiger halt einfach kein wirklich gelernter Defensivspieler ist und dementsprechend zu weit von Bülter weg war. Dennoch hatte die Hertha zwischen den 2 Toren, so zwischen der 5. und 10. Minute echt eine gute Drangphase mit einigen gefährlichen Standards, wo auch Fährmann so ein bisschen unsicher gewirkt hat, aber hatten da jetzt keine wirklich nennenswerten Chancen. Eben Fährmann war es dann eben auch, der später verletzt raus musste, aber nicht nur er, also die Schalke hatten echt ein extremes Verletzungspech. Auch Skalke musste zur Halbzeit raus, der mit einem Tor in der Vorlage wirklich mal überzeugen konnte und mal das gezeigt hat, was man sich von seiner Verpflichtung auch erhofft hatte damals. Und ebenso musste dann später auch Brunner aus dem Spiel raus verletzt, aber die Schalker haben dem Ganzen getrotzt. Ebenso getrotzt haben sie dann den Berliner Anschlusstreffer, der fiel nämlich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da war es nämlich gut von Jovetic, der Luke Bakio in die Tiefe schickt. Dann bekam Jovetic irgendwie den Ball wieder, wissen sie auch selber nicht ganz wie. Auch Jens sah da nicht wirklich gut aus und letztendlich hat ihn Jovetic dann halt aus dem Rückraum reingeschossen. Ich muss sagen, defensiv war Schalke jetzt trotzdem neuen Innenverteidiger-Duo und der Jens-Rückkehr in die Innenverteidigung nicht ganz so sicher, wie man es vielleicht erwarten konnte. Aber letztendlich muss man auch mal bei der Hertha die Offensive berücksichtigen, weil die haben da einfach mit Jovetic und Luke Bakio zwei Spieler mit einer richtig guten individuellen Qualität, die jetzt eigentlich nicht unbedingt für den Abstiegskampf bestimmt sind. Dennoch, wenn man anderweitig auf Hertha schaut, ist es defensiv wirklich nicht Bundesliga-tauglich gewesen, wie sie heute verteidigt haben. Also da ist auf jeden Fall so eine kleine Diskrepanz in den einzelnen Mannschaftsteilen bei der Hertha und kein allzu großer Vorwurf an die Schalke-Verteidigung, die es ansonsten trotzdem recht gut gemacht haben. Generell gab es in der ersten Halbzeit wenig Spielfluss. Das war wirklich mit vielen Fouls, weil es einfach ein purer Kampf war und auch relativ wenig Taktisches, vor allem von Hertha jetzt nicht unbedingt viel zu sehen. Reis hatte einen ganz guten Schachzug, nämlich Danny Latza. Bisschen fragwürdig, dass er gespielt hat, wenn man einen Kraus hat, aber er hat es echt gut gemacht, hat sich oft fallen lassen im Aufbau und zwar neben die zwei Innenverteidiger halb rechts und dann hatte man da so einen Dreieraufbau. Brunner konnte nach vorne schieben und es hat auf jeden Fall gut geklappt, um dann halt eben eine Überzahl zu haben gegen den Doppelsturm der Hertha, wenn die eben mal angelaufen sind vorne. Dementsprechend ging man dann halt eben mit so einem kleinen Dämpfer in die Pause mit dem 2 zu 1 Anschlusstreffer der Hertha, aber Schalke hat sich nicht davon abhalten lassen, weiter nach vorne zu spielen. So ist es erstmal ein Hertha-Angriff in der zweiten Halbzeit, aber Jens gewinnt den Ball, bringt ihn nach vorne auf Karamann, der eben eingewechselt wurde für den verletzten Skalke. Der läuft bis nach vorne in den Strafraum, legt dann eben quer auf Terodde, der dann eben das 3 zu 1 macht und den 2-Tore-Abstand wiederherstellt und da muss man auch mal einen Karamann loben. Dann stellt eben Sandro Schwarz um, der Hertha-Trainer, erstmal auf eine 4er-Kette, 4-3-1-2, dann bringt er noch einen weiteren Stürmer und spielt dann letztendlich 4 für 2 mit dem Gang kam links, vorne Jovetic und Konga und rechts Luke Bakio, also wirklich sehr offensiv, vor allem auch Richter als rechter Verteidiger in der 4er-Kette, also wirklich sehr offensiv, wirklich Gefahr können sie dennoch nicht erzeugen und so ist es dann eben in der 78. Minute, ein langer Schlag von Latza auf Bülter, der Torwart mit Christensen kommt raus, war jetzt nicht unbedingt nötig und so ist das Tor eben leer, Bülter schießt rein und somit ist es mit dem 4-1 quasi die Vorentscheidung, aber dann war das Spiel wirklich sehr offen, vor allem hatte Hertha halt generell eine recht schwache Restverteidigung, was den Schalkern dann immer wieder Konda erlaubt hat, aber die Herthaner kamen dennoch nochmal ran, denn in der 84. ist es nach einer Ecke von Schalke ein Konda der Hertha dieses Mal und zwar Luke Bakio, der den Ball nach vorne treibt, passt dann in die Tiefe für einen Gang kam, der direkt querlegt zu Richter und der dann halt eben den 4-2-Anschlusstreffer macht und da dachte man dann doch plötzlich, vielleicht geht ja noch was, aber danach hat Hertha nicht mehr wirklich viel nach vorne auf die Reihe gebracht und Schalke hatte noch den ein oder anderen Konda, Richter rettet zum Beispiel auf der Linie extrem krass und in der 92. Minute ist es dann eben Kaminski mit einem Freistoßtor, also der war ja lange verletzt raus, kommt jetzt rein als Innenverteidiger und dann haut er einfach mal so einen krassen Freistoß rein. Interessant war noch eine Umstellung von Reis, denn direkt nach dem 4-2-Treffer der Hertha hat er Jens aus der Innenverteidigung auf die 10 gestellt, hört sich jetzt erstmal kurios an, aber hat auf jeden Fall geholfen, weil die Hertha konnte sich dann nichts mehr kreieren, weil er halt ein defensivsteiger Spieler ist, der halt auch gegen den Ball offensiv wirklich eine gute Leistung gezeigt hat dann. Zudem ist dann halt eben Matriciani in die Innenverteidigung, Uronen, der als Linksverteidiger gebracht wurde, ist dann auf die Rechtsverteidigung, obwohl er Linksfuß ist, das war auf jeden Fall kurios und Bülter ist dann halt eben als Linksverteidiger in der 4er-Kette links hinten gewesen, wahrscheinlich denke ich mal, um mit dem Tempo von Luke Bakio mitzuhalten, was ja eben auch der Hauptgrund für das 4-2 war. Letztendlich ist es auf jeden Fall ein verdienter Sieg für effiziente Schalker, die es einfach offensiv gut ausgespielt haben, wobei man halt auch sagen muss, dass das Auftreten von der Hertha defensiv zumindest eigentlich nicht wirklich Erstligatauglich ist und dementsprechend haben sie auch verdient verloren und Schalke ist halt eben somit an ihnen vorbeigezogen in der Tabelle, Hertha nun letzter, Schalke vorerst mal auf dem Relegationsplatz, also das ist auf jeden Fall weiterhin spannend. Hertha würde ich dennoch noch nicht abschreiben, aber es sieht auf jeden Fall nicht wirklich gut aus für die Berliner.